Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Wir hatten heute im Stream einen ganz interessanten Talk und zwar darüber das allumfassende Thema lebender Stahl und Höllenflut und vor allen Dingen was eigentlich geändert werden müsste, um das Ganze ein bisschen spaßiger zu machen, weil aktuell, ich glaube, da spreche ich für 99% der Leute, hat niemand Bock die Höllenflut noch länger zu machen. Jede Höllenflut, so wie ich sie jetzt hier gerade wieder spiele, ist eine Qual und alle überlegen, wie könnte man das Ganze besser gestalten und ich bin mir ganz, ganz, ganz doll sicher, also so sicher wie das Arme in der Kirche, dass an der ganzen lebenden Stahlthematik mit Duril und der Höllenflut noch was gedreht wird und die Frage ist, was wäre denn wichtig, um die Höllenflut spaßiger zu machen? Und da sind solche Sachen aufgeploppt, wie zum Beispiel das, was gerade mit einem Bug drin war, dass die Glut von einer Höllenflut in die andere transferiert wird, das ist ja jetzt nicht mehr so. Wir hatten bis gestern ein Bug, dass die Höllenflut Glut von einer Höllenflut in die nächste übertragen wurde, das war eigentlich eine ganz coole Sache, war leider kein Feature, sondern ein Bug. Das wäre zum Beispiel eine Idee, wie man machen könnte, dass die Höllenflut zumindest mal ein bisschen erträglicher wird, nicht viel, aber wenigstens ein bisschen, dass man sagen kann, ey, diese Höllenflut heute starte ich richtig durch oder ich habe noch 10 Minuten in der Höllenflut, habe alle lebenden Stahltruhen aber geöffnet, aber ich suche mir trotzdem schon mal noch ein bisschen Glut, dass ich in der nächsten Höllenflut vielleicht direkt die erste Kiste aufmachen kann, ohne erstmal zu fahren. Das wäre eine coole Idee. Noch eine coole Idee wäre, dass lebender Stahl nicht nur in der Höllenflut fällt, das kann ich mir von allen Ideen am wenigsten vorstellen. Ich denke mal, es wird bleiben mit der Gliederung, exquisites Blut, Weltboss Legion, lebender Stahl, Höllenflut und Eier bzw. die Warschan, Bodyparts durch den flüsternen Baum. Ich denke, diese Aufsplittung wird erstmal bleiben, aber die lebenden Stahltruhen müssten eigentlich meiner Meinung nach stark günstiger gemacht werden oder der Inhalt müsste geändert werden. Also entweder müsste grundsätzlich 5 Stahl rauskommen, das kann ja zu einem geringen Prozentsatz passieren, dass ihr anstatt 3 Stahl 5 Stahl bekommt. Das wäre auf jeden Fall eine Idee, dass ihr grundsätzlich 5 Stahl rausbekommt. Das wäre dann eine Truhe, einmal Gregor herausfordert, gleich eine Scherbe. Würde bedeuten, wenn ihr in der Höllenflut gut vorankommt, könnt ihr 4 bis 6 Truhen aufmachen, wären dann 4 bis 6 Scherben. Das hört sich sehr viel besser an als 2 bis 3 Scherben in meinen Ohren. Ansonsten, was quasi das gleiche wäre, wenn mehr Glut fallen würde. Ich finde es ganz komisch, dass ganz oft viele Gegner gar keine Glut fallen lassen. Besser wäre natürlich, wenn jeder Gegner einfach per se eine Glut fallen lassen würde. Das würde das Problem auch lösen. Dann könnte die Truhe von mir aus auch 300 kosten. Dann würde viel mehr Glut fallen gelassen und man könnte viel schneller diese Truhen öffnen. Außerdem finde ich es ganz, ganz bedenklich, dass die Truhen nicht auf der Karte angezeigt werden. Das ist ein Thema, da wird am wenigsten drüber geredet. Aber wenn ich so an den einen oder anderen Zuschauer oder den einen oder anderen von euch denke, der vielleicht nicht weiß, dass es eine Third-Party-Seite gibt mit den Truhen. Ich lese immer wieder, ich hatte 300 Glut, habe die Truhe aber nicht gefunden und die Glut ist jetzt weg. Das tut mir im Herzen weh. Also, dass die Truhen nicht angezeigt werden. Das war vielleicht damals mit den 175er bzw. 250er Truhen ganz witzig oder ein ganz cooles Gimmick. Aber die lebenden Stahltruhen, meiner Meinung nach, müssten die unbedingt auf der Karte angezeigt werden. Jetzt bin ich hier gerade in der Legion. Eine andere Idee war zum Beispiel, dass es immer grundsätzlich in der Höllenflut eine Legion gibt. Noch eine Idee war, dass die Höllenflut ähnlich wie die Bluternte einfach ständig ist. Das heißt, immer den Standort wechselt und immer ihr jederzeit die Höllenflut machen könnt. Weil aktuell ist es ja so, die Höllenflut kommt, glaube ich, alle anderthalb Stunden. Das bedeutet natürlich auch, ihr habt immer wieder Zeit dazwischen, wo ihr keinen lebenden Stahl farmen könnt. Wäre auch eine Idee, dass wenn die Season 2 vielleicht vorbei ist, die Höllenflut die neue Bluternte wird und ständig präsent ist. Das fände ich tatsächlich eine ganz coole Idee. Würde auch bedeuten, dass die Blut immer übernommen wird. Genauso wie es jetzt gerade mit dem Blut ist in der Bluternte. Würde ich tatsächlich am besten von allem finden. Noch eine Idee war, dass eventuell Duriel eine Scherbe kostet anstatt zwei. Ich glaube, das ist am unwahrscheinlichsten von allen Ideen. Ich finde auch den Preis von zwei Scherben, zwei Eiern eigentlich sehr, sehr gut. Bedeutet, dass man es nicht einfach so machen kann, mal eben. Sondern man muss schon auch explizit nach den Eiern und den Scherben suchen. Finde ich eigentlich ganz gut mit dem Preis von zwei und zwei. Eine coole Idee fand ich heute von Heng. Erinnere ich mich noch ganz genau im Chat. Er hat uns ein bisschen gebetet. Er hat so gesagt, im nächsten Update sollen die Uber-Unics nicht mehr für die Leute im Multiplayer fallen. Sondern nur noch für denjenigen, der zündet. Und derjenige, der zündet, erhöht sich die Chance, dass ein Uber-Unic fällt auf 5% anstatt 2%. Also wir gehen aktuell von 2% aus. Und diese Chance würde dann theoretisch auf 5% erhöht werden. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Also, dass man dann nicht mal an diesen Multiplayer gebunden ist. Weil jeder, der aktuell Solo-Duriel macht, hat einen extremen Nachteil. Da finde ich die Idee eigentlich ganz cool, dass man Duriel alleine farmt. Und dafür hat man eine erhöhte Chance. Man könnte das ja auch allgemein sagen, wenn mit mehreren Leuten dabei sind, dann wird die Chance gesplittet auf 4. Und wenn du alleine startest, dann hast du die alleinige Chance. Sagen wir mal, alleine sind 6% und jeder weitere, der dazukommt, verringert diese Chance um 1%. Fände ich tatsächlich ganz cool, um ehrlich zu sein. Ich weiß, dass viele fast nur Solo-Spielen vielleicht keinen Clan haben. Leute, ich mache keine Werbung mehr für unseren Clan, weil der ist irgendwie dauervoll. Ich versuche den wieder leer zu kriegen, aber ich kann da nichts versprechen. Aber ich mache Werbung für unseren Discord, wenn ihr noch Leute zum Zocken sucht oder die Duriel-Runs machen wollt, kommt in den Discord, der ist unten verlinkt. Fände ich auf jeden Fall eine coole Idee, wenn Solo-Duriel-Runs da ein wenig mehr geboostet werden würden, über diese Chance, die Uber-Unix-Drop-Chance ein bisschen zu erhöhen. Das waren somit eigentlich alle Ideen, die wir so im Stream gesammelt hatten. Wenn euch noch was Cooles einfällt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr noch eine coole Idee. Vielleicht können wir das ja auch irgendwie dem Blizzard-Team pitchen, dass wir das Ganze umsetzen. Ich bin mir aber zu 100% sicher, wie ich am Anfang des Videos gesagt habe, da werden Änderungen kommen, weil aktuell niemand happy mit der Höllenflut ist und alle Duriel-Runs machen wollen, oder zumindest mal viele. Und da bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass da noch die eigene oder andere Änderung kommt. Wie gesagt, schreibt es mir unten in die Kommentare, wenn ihr da noch eine Idee habt. Ich würde mich sehr über ein Follow freuen. Am Samstag ist die BlizzCon und da wird um 22 Uhr abends ein Campfire stattfinden, wo es nur um Diablo 4 gehen wird. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Ich werde einen Tag drauf, den Sonntagmorgen euch perfekt alles zusammenfassen. Es wird wahrscheinlich wieder sehr viele Infos geben, wo ich erstmal gucken muss, wie ich das zusammenfasse. Aber, wenn ihr das nicht verpassen wollt, ein Follow da lassen. Ich würde mich sehr über ein Like freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.